Einen wunderschönen guten Morgen in die Runde und herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Ja, Bitcoin bei 63.800 US-Dollar. Wir haben nochmal einen Push bekommen über die 64.000 US-Dollar-Marke. Wir sind sogar fast an unser Ziel von 65.000 US-Dollar gekommen, aber eben nur fast. Heißt für uns, wir haben auf jeden Fall noch ein bisschen Potenzial nach oben hin, was wir jetzt erwarten für den heutigen Tag, wie wir mit den anderen Trades rumgehen, beziehungsweise was wir auch jetzt für neue Trades geplant haben. All das werden wir uns auf jeden Fall im heutigen Update-Video anschauen, deswegen bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video gerne schon mal ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe reinschauen, wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Die Links dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung und sucht hier noch eine Börse zum Traden, wo ihr all das, was wir jetzt hier besprechen, nachtraden könnt, beziehungsweise auch Spot kaufen könnt. Dann kann ich euch nun meine Partnerbörse Bingix empfehlen. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und ihr seht, es geht wieder momentan ordentlich Boni abzugreifen. So, jetzt aber rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 63.800 US-Dollar. Wir haben hier oben immer noch diese Wigs, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Also im Freitags-Update habe ich ja noch dazu gesagt, okay, wir haben auf jeden Fall noch Potenzial, zumindest mal die Liquidität hier oben zwischen 65.600 beziehungsweise hier oben knapp 65.800 US-Dollar abzugreifen. Auf diesem Weg befinden wir uns momentan. Jetzt muss man nur noch dazu sagen, wir haben mittlerweile jetzt schon zu Wochenbeginn diese leichte Divergenz im 4-Stunden-Timeframe. Außerdem haben wir nicht wirklich starkes Kaufvolumen jetzt über die letzten Stunden hier raufbekommen. Wir haben einen kleinen Wig bekommen, das sehen wir hier. Auch hier haben wir schöne Divergenz. Also sinkendes Volumen, steigender Preis ist meistens nicht gut und das schon zu Wochenbeginn. Mal schauen, wie lange sich das jetzt hier noch nach oben hin pushen lässt. Das ist halt jetzt eben die Frage. Ich würde weiterhin noch nicht short gehen. Das Risiko ist mir hier ehrlich gesagt noch ein bisschen zu groß. Ich hoffe ehrlich gesagt weiterhin, dass wir uns erst noch die Liquidität hier ein bisschen weiter drüber holen. Und einfach um diese Wigs hier oben abgedeckt zu haben, damit wir die Stop-Losses auch noch fischen. Möglicherweise sogar hier bis maximal 66.000 US-Dollar hochgehen, weil wir hier oben dann eben noch diese Mini-Supply haben. Also diesen kleinen Widerstand, der hier oben noch ist in Form von der Ineffizienz plus halt Supply. Passt immer meistens ganz gut, um dann Stop-Losses hier rauszukicken und dann erst den Run nach unten hin zu starten. Also ich bin weiterhin nicht extrem bullish, dass ich jetzt sage, okay, wir gehen jetzt hier Richtung All-Time-High. Okay, dafür passt mir die gesamte Marktsituation noch nicht so wirklich. Aber gut, ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Aber wie gesagt, für mich momentan, ich warte hier noch ab, bis wir die Wigs geholt haben. Und dann wäre es für mich erst frühestens eine Short-Situation. Natürlich könnte man jetzt argumentieren, okay, wir haben Divergenzen, wir haben sinkendes Volumen, wir haben Wochenbeginn. Sind das nicht genug Indikatoren dafür? Grundsätzlich ja, nur problematisch ist halt auch jetzt, wo würden wir den Stop-Loss setzen. Gehen wir jetzt einfach nur vom Wig hier oben aus, müssen wir locker mal hier oben 2,37% machen. Wenn wir jetzt aber warten würden, bis wir zumindest mal diese Wigs hier oben geholt haben, können wir das auf 1 bis 1,5% nochmal verkürzen. Also es macht schon sehr, sehr viel aus, deswegen warte ich hier lieber, bevor wir jetzt hier irgendwas überstürzen. Ja, mehr gibt es momentan zu Bitcoin nicht zu sagen. Gehen wir mal rüber zu Ethereum. Hier hat sich im Endeffekt auch nicht wirklich viel getan. Wir haben die gleiche Situation wie bei Bitcoin natürlich endlich mal etwas bullischer. Wir haben die Ineffizienz hier nach oben hin gefüllt. Das war ja unser Ziel von letzter Woche, dass wir diesen Preisbereich hier endlich mal nach oben hin füllen. Wir haben es geschafft. Also hier sind wir eigentlich schon mal ein Stückchen weiter als bei Bitcoin. Bitcoin hat die Wigs noch nicht, Bitcoin hat die Ineffizienz noch nicht. Ethereum hat es mittlerweile geholt. Also erst einmal ein gutes Zeichen. Auch hier Bearish Divergence, wir haben niedrigeren RSI, höhere Kurse. Volumentechnisch sieht das Ganze jetzt auch nicht wirklich speziell aus, aber hier ungefähr immer gleichbleibendes Volumen, zumindest die letzten Stunden, Tage. Das sieht zumindest etwas sicherer aus momentan. Aber auch hier, solange wir bei Bitcoin kein Short-Signal haben, werde ich Teufel tun und die Altcoins jetzt shorten. Weil das kann jetzt nämlich genau so ein Moment sein, wo jetzt zumindest mal die Altcoins ein bisschen performen. Ich rede jetzt nicht von der Altcoin Season. Ich rede hier von minimalen Zuwachsen, die wir gegenüber Bitcoin haben. Vor allem, wenn wir uns auch mal die Market Cap angucken, die seit wir bei 58,7% waren hier, deutlich jetzt mal unter die Räder gekommen ist. Also hier mal ein Prozent jetzt endlich mal verloren hat. Es könnte schon so ein kleines Anzeichen dafür sein, dass zumindest die Altcoins jetzt mal ein bisschen pushen. Low Caps pushen. Da muss man auf jeden Fall etwas vorsichtiger jetzt agieren. Zumindest auch im Cryptospace und auch bei Altcoins momentan. Ja, ansonsten gibt es zu Krypto momentan weniger zu sagen. Wenn wir uns Gold angucken, Gold push, 2630 US-Dollar, da haben wir geschlossen. Für mich jetzt eher so das Ziel hier oben, die 2633, da oben liegt der Pivot R2. Das wäre eine mögliche Short-Position für mich auch hier, weil wir eben erst einmal sinkendes Handelsvolumen haben, was mir sehr, sehr gut gefällt. Die Bearish Divergence baut sich immer weiter auf, auf dem 4-Stunden-Timeframe, natürlich auch auf den kleineren Timeframes. Also das sind Möglichkeiten, die wir jetzt nutzen könnten hier oben für eine kleine Short-Position, um dann möglicherweise auch einen Stop-Loss, würde ich dann so hier oben in Richtung 2680 US-Dollar legen. Aber wir warten jetzt auch hier erst mal ab, wie startet der Montag, wie gehen möglicherweise irgendwelche News auf den Chart ein etc. Bei Nahen Osten eskaliert es auch gerade, was natürlich wieder eher positives Zeichen für den Goldkurs ist. Deswegen müssen wir jetzt erst mal hier ein bisschen aufpassen, aber das ist erst mal so die Grundidee. Ich würde gerne Bitcoin shorten, ich würde gerne Gold shorten, aber wir müssen hier derzeit nichts überstürzen. Die Long-Position läuft nämlich hier auch noch. Gehen wir rüber zum DAX. Hier haben wir ein neues All-Time-Higher letzte Woche gekriegt. Ich erhoffe mir hier, das war der Plan letzte Woche, dass wir hier nochmal hochkommen, möglicherweise auch in eine kleine Bearish Divergence dann hier oben bilden mit einem Doppeltop. Mittlerweile glaube ich da ehrlich gesagt gar nicht mehr so daran, weil der Zug für mich ein bisschen abgefahren zu fahren scheint. Nächste Chance, je nachdem wie wir jetzt eröffnen würden, wäre für mich hier oben dann diese Ineffizienz bzw. dieses kleine Gap zwischen 18.900 bzw. 18.960. Das ist meine Short-Area, die würde ich gerne nutzen für eine potenzielle Short. Wir haben unsere Long-Position noch offen, das heißt wir haben hier möglicherweise auch wieder einen Free Trade, den wir nutzen können. Das heißt einfach gleiche Positionsgröße wie die Long-Position und können das hier im Endeffekt gut mitnehmen. Also das ist für mich die Short-Area für den heutigen Tag. Ich hoffe, dass wir diese Erholung sehen. Wir sprechen hier von knapp 170 bis 200 Punkten. Möglichkeit bestünde, trotzdem muss man hier etwas vorsichtiger agieren. Aber das wäre momentan jetzt erstmal der Plan für den heutigen Tag. Ansonsten, last but not least, Euro gegenüber US-Dollar warte ich auch erstmal noch. Wir haben hier oben noch einen ordentlichen Wig, das heißt unsere Short-Position wurde ja ausgestoppt von hier oben mit 3 Take-Profits. Ich würde hier aber trotzdem gerne nochmal eine neue Short-Position aufmachen. Da warte ich aber jetzt auch mal noch für den heutigen Tag ein bisschen ab. Ziel ist ungefähr hier oben wieder die 1,11,9 bzw. 1,12 Euro. Für den heutigen Tag müssen wir mal ein bisschen im Auge behalten. Natürlich auch wie Gold etc. pp. und alles andere dann zu dem Zeitpunkt steht. Aber ich habe schon einige Ideen für diese Woche. Ich bin, wie gesagt, weiterhin nicht so wirklich bullisch. Ich glaube, wir kriegen jetzt erstmal so einen kleinen Altcoin-Push. Man sieht es vielleicht auch schon im Portfolio, dass die Altcoins momentan wieder ein bisschen mehr nachziehen. Natürlich zieht auch Bitcoin nach, aber die Altcoins gerade ein bisschen mehr. Wir sind zu einer Bitcoin-Dominance. Vorsichtig agieren, aber trotzdem immer noch so im Hinterkopf behalten, dass ich der ganzen Scheiße hier noch nicht so wirklich vertraue. Also das ist meine Meinung. Ihr könnt gerne mal eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Seid ihr bullisch, seid ihr bearish oder seid ihr eher ein bisschen pessimistischer, so wie es ich momentan eingestellt werde. Ja, ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, dass wir hier dann nochmal hochkommen in Richtung 1,12 Dollar Maximum. Vielleicht auch nur die Wick holen. Und dass wir dann im Endeffekt hier ein schönes Doppeltop auf Daily-Sicht dann auch sehen. Also man kann es hier relativ gut sogar erkennen. Hier ein schönes Doppeltop dann mit einer schönen Struktur. Und dass dann der Euro runtergeht. Natürlich muss man auch dazu sagen, die XY sieht jetzt auch nicht super bullisch aus. Können wir auch mal ganz kurz reingucken. Also hält sich hier auch unten am Support. Könnte aber trotzdem für eine kleinere Trendwende dann zumindest zur Verfügung stehen. Also da die XY... Auf lange Sicht bin ich da bearish, aber kurzfristig könnte sich dann auch mal so ein Doppeltop beziehungsweise auch hier so eine Struktur ergeben, dass man sagt, okay, wir holen jetzt diesen Wick hier unten noch. Das würde dazu passen. Euro wiederum etwas stärker auf der Brust. Noch ein bisschen höher in Richtung 1,12. Dollar geht nochmal kurz runter. Und von da aus dann ein kleiner doppelter Boden. Und dann zumindest mal die Erholung hier in Richtung 102. Wäre jetzt so die Idee. Ansonsten warten wir jetzt erst mal ab, was der Tag so bringt. Ich wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Start in die neue Handelswoche. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und ja, BingX abchecken. Und ansonsten würde ich sagen, hören wir uns morgen wieder. Später gibt es noch eine kleine Analyse bei CryptoGuru. Und ansonsten war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag. Lasst euch gut gehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Stay Crypto.